Es ist Samstag und damit wird es wieder Zeit für den Shopping Guide in The Division. Doch bevor wir loslegen, noch zwei Sachen. Zum einen möchte ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit wünschen für euch und eure Lieben. Und zum anderen, am Freitag war es soweit, ich habe die 10.000 Abonnenten auf YouTube geknackt. Und ich möchte jetzt nicht einfach nur Danke sagen bei all jenen, die mich unterstützt haben, sondern ich möchte euch gerne etwas zurückgeben. Und dafür wird am 28., also kommenden Donnerstag, um 20 Uhr auf Twitch ein Giveaway stattfinden. Ich habe mehrere Sachen für euch und es wäre eine richtig geile Sache, wenn ihr dabei wärt. Dann könnt ihr ein bisschen was abstauben. Und das heißt also, am 28. Donnerstagabend, 20 Uhr auf Twitch, gibt es dann die Giveaways für euch. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem Shopping Guide. Unsere erste Anlaufstelle in der Operationsbasis, und zwar genauer gesagt im Terminal, ist der Spezialausrüstungshändler. Und wenn wir bei dem reinschauen, dann haben wir hier ganz unten eine Ausdauermod, die ich euch gerne zeigen möchte. Denn die bietet euch 259 Ausdauer und nochmal fast 3.000 Lebenspunkte. Wer so eine Mod gebrauchen kann, schaut mal hier im Terminal vorbei. Dann haben wir hier des Weiteren eine Geschützschadensmod. Das heißt, hier bekommt ihr 4%. Könnte auch für den einen oder anderen interessant sein. Und dann würde ich sagen, schauen wir direkt weiter, gehen wir zum nächsten Händler und gucken mal, was der für uns hat. Wir befinden uns hier beim Waffenhändler in dem Safehouse Wolfstern. Und zwar ist das auf der linken Seite ganz hier oben. Und der gute Mann, der hat eine M4 Leichtversion für uns. Und die bietet euch bei den Talenten entschlossen, zerstörerisch und nachtragend. Was die Werte wie Rüstungsschaden und Base-Schaden der Waffe angeht, das könnt ihr natürlich nach oben rollen. Und zwar an der Optimierungsstation. Wer entschlossen nicht haben will, der könnte hier auch zum Beispiel Crit-Schaden drauf rollen. Und dann wäre das gar keine schlechte Waffe für das PvP eventuell. Eventuell in PvE macht nachtragend nicht so viel Sinn. Deswegen würde ich schon sagen, dass es eher eine Waffe ist für das PvP. Also wer so eine M4 gebrauchen kann, der sollte mal hier bei Wolfstern vorbeischauen. Jetzt befinden wir uns hier in The Cavern. Und wo befindet sich die Kaverne? Und zwar, wenn wir hier auf der Map schauen, hier ziemlich in der Mitte auf der linken Seite, da haben wir The Cavern. Und wenn wir bei dem Händler reinschauen, dann finden wir hier eine Elektronik-Mod. Und die bietet euch 261 Elektronik und nochmal 3089 Fertigkeitenstärke. Wir befinden uns jetzt hier im Safehouse Madison Stand. Und das ist unterhalb der Dark Zone hier im Süden. Da findet ihr das Safehouse. Und wenn wir bei dem Händler ins Sortiment schauen, dann finden wir hier unten eine Ausdauer-Mod. Da haben wir 266 Ausdauer. Mit 267 Ausdauer wäre das Maximum erreicht. Das heißt also, wir haben hier einen extrem guten Ausdauerwert. Und wir haben hier im hohen Attribut nochmal 1% kritische Traffer-Chance. Könnte sicherlich der ein oder andere gebrauchen, so eine Mod. Und wenn ihr sie haben wollt, dann wisst ihr jetzt, wo ihr sie findet. Jetzt befinden wir uns im Grindhouse. Und zwar ist das ein Safehouse auf der rechten Seite. Ziemlich mittig. Hier findet ihr das Grindhouse. Und wenn wir bei der Händlerin reinschauen, dann haben wir hier ganz unten einen Kurzgriff Rot. Und zwar bietet der uns 19% kritische Treffer-Chaten, Nachladetempo und Stabilität. Wer so einen Kurzgriff gebrauchen kann, der sollte hier zur Händlerin gehen und unbedingt zuschlagen. Wir befinden uns hier in einer Schleuse zur Dark Zone. Und zwar auf der linken Seite West 42. Straße. Und bei der Händlerin, da bekommt ihr eine Elektronik-Mod mit 256 Elektronik und 3% Fertigkeit in Eile. Wer also so eine Mod gebrauchen kann, der müsste hier in die Schleuse kommen. Die nächste Schleuse, in der wir uns eingefunden haben, ist East 40. Straße. Also auf der rechten Seite, auch so ziemlich in der Mitte. Und bei der Händlerin gibt es eine Elektronik-Mod. Die bietet euch 253 Elektronik und Lebenspunkte von 2975. Heute geht es Schlag auf Schlag. Wir sind schon wieder in einer Schleuse. Und zwar diesmal ist es die East 53. Straße. Ganz hier oben, da findet ihr die Schleuse. Und hier gibt es den absoluten Überschied für alle, die gerne eine Waffen-Mod mit Eile haben wollen. Denn hier gibt es eine absolut ausgemerkste Schusswaffen-Mod. Und zwar mit 267 Schusswaffen, höher geht es nicht, und 3% Fertigkeit in Eile. Also wer so eine Mod schon lange sucht, und zwar mit dem Maximum an Werten, der sollte hier in die Schleuse kommen und sich ordentlich damit eindecken. Und nun haben wir uns in der Dark Zone eingefunden. Und zwar stehen wir hier bei der Dark Zone Ausstattungs-Mod-Händlerin in der Dark Zone 4. Also genau hier an dieser Stelle, unweit von der Schleuse East 46 entfernt. Kommt da ganz leicht hierher. Und was hat die uns zu bieten, die gute? Und zwar eine Leistungs-Mod mit 2% Impulsgeber, kritischer Traffageance. Also könnte was für den einen oder anderen Supporter sein unter euch, wenn ihr so eine Mod gebrauchen könnt. Hier könnt ihr sie euch zulegen. Und damit sind wir auch schon am Ende des Shopping-Guides angekommen. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, Es gibt am Donnerstag, den 28. um 20 Uhr auf Twitch ein Giveaway für 10.000 Abonnenten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Einen Link findet ihr im Übrigen in den Kommentaren. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer darüber freuen, wenn ihr mir ein Like hinterlasst. Wenn ihr Lust habt, abonniert. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne jederzeit in die Kommentare schreiben. Und dann bis demnächst hier in The Division, euer Latan.